Willkommen zu einer neuen Folge Gaming Now Twins. Heute sind wir noch im Wüstenland und versuchen es durchzuspielen. Ohne Fails. Versuchen wir ohne Fails. Ist kein Garantie. Ich glaube der Vogel hier in der letzten Folge wollten wir ja den Vogel kriegen. Oh hier die Pflanze. Oh das geht. Die Pflanze ist schon fertig. Wir versuchen mal mit Stampfattacke. Geht das überhaupt? Ja tatsächlich. Geht. Okay. Geil. Schnappschnappschälchen. Wohne Nacht und suchst du deinen... Sorry. Ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Auf der tiefen Säule. Der ist hier irgendwo versteckt. Schiebgig. Schiebgig. Schiebgig? Wieso, Mann? Hä? Da sind Lila. Hä? Was ist jetzt? Hä? Oh, jetzt sind wir auch schon noch dort. Gut, wo ist der Vogel? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir wissen nicht mal, ob wir den Vogel schon haben oder nicht. Hä? Hier haben wir schon. Warte, ist Pixel Luigi noch da? Nein? Weiß nicht. Warte, ich warte auf den Vogel. Diesmal mache ich es gut. Äh, warum fliegt er denn da hin? Und gut, Simon. Oh, Junge, willst du denn? Er fliegt doch schon zu uns. Ja, er fliegt um den Turm. Ja, er fliegt um den Turm und dann zu uns. Der ist echt langsam. Nee, warte, er geht da vorbei. Nee! Oh Gott, das ist mir so knapp. Äh. Äh? Nein, wer, du verpasst ihn jetzt. Nein? Nein? Wo ist der Vogel? Ist er vorbei? Guck dich um. Dort hinten. Ressens. Da ist der Vogel doch noch gekommen. Warte, da muss man nicht. Wow. Geiß Mario. Er ist so drin. So ist er wieder dort. Ich dachte, er wäre längst schon hier. So ist er auch eigentlich so. Wof los, Vincent, wechsel die Kamera, damit du ihn sehen kannst. Ja. Das wäre ja irgendwie zurückversetzt worden. Und bitte, da soll ein Mond drin sein. Ein neuer Mond. Und wer, ich gebe mir die ganze Mühe und sonst nur für Münzen. Ein bisschen warten. Ja, ja, ein bisschen warten. In der letzten Folge habe ich das ja echt versaut. Ich bin ungefähr... Los, Vincent. Jetzt. Nicht jetzt. Okay, bald. Ich weiß, was der Vogel ist. Und hier auf dem Hügel, glaube ich, ist noch ein... Wie... So ein Mond mit Vibrieren. Oh. Nein. Gott! Okay, ich glaube, es ist ein Vogel, den wir schon haben. Oh, und warte. Warte, ich gehe noch zu Pixel-Luigi. Wenn er noch da ist. Gut. Was? Pixel-Luigi ist wieder weg. Wir haben ihn doch in der letzten Freude bekommen. Hä? Hä? Warum gibt er mir... Vielleicht weniger Münzen, weil wir ihn in der letzten Folge schon gekriegt haben? Okay. Geh einfach weiter. Warte, ich kann ihn haben. Ich habe noch nicht Ja gesagt. Du weißt nicht mal, was ich sage. Und war auf irgendeinem Hügel nicht noch so ein Mond, wo man vibriert? Ja. Ja, ja. Warte. Ich weiß nicht, wie ich bin jetzt. Ach, komm ey. Wo ist das? Wo ist das? Hä? Ah. Ach, nicht. Den haben wir auch noch nie gekriegt, oder? Den haben wir noch nie gekriegt, oder? Ja, doch schon. Ey, lass mal sehen, ob ich da hinkomme. Ich wette nicht. Probieren wir es. Hä? Tatsächlich, wir haben es geschafft. Wo war die Röntgen? Dann halt wieder zurück. Ich glaube, man muss erst mal das da drüben machen. Na? Oh, der ist ja richtig knapp. Wow. Roll. Roll. Ich habe gar nicht auf den Röntgen geachtet. Oh, und da drüben sind noch viele Coins. Äh, das sollte gar nicht. Wenn er die Techniken könnte, die Mario kann. Ja. Dann könnte er es tun. Wir sind wieder Coins. Ja, ja. Oh, ich dachte schon, wir könnten die Echse dort einpacken. Wegen der Legend of Zelda Roof of the Wild. Da kann man ja Tiere so einpacken. Das war knapp. Wir haben uns den Shopmond noch nicht gekauft, oder? Doch, doch. Haben wir. Guck doch noch. Hä? Da kommt der doch rauf. Oder? Ja. Ja, also dann. Fertig leicht. Oh, warte. Entgehe ich mich. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Yes. Mische in den Ruinen. Okay. Wieso sind die Goombas wieder hier? Die haben wir doch eigentlich gerade erst gekillt. Oh, hier. Hier. Warte. Dort. Das musst du doch mit den Kugel-Willi machen. Äh. Nein, mit den Kugel-Willi. Hä? 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 Warte. Das ist immer im Sand. Nein. Das ist immer im Sand. Warte ich. Ja, das ist immer im Sand. Hier. Wo war ich hin? Nee. Doch, doch. Ja. Aber du hast dort hin. Doch? Dort hin. Nee, hab ich nicht. Hu. Hallo. Ja, hu. 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 Das ist immer im Treibsand. Ich hab immer das Zimmer im... Ich hab's vergessen. Oh, komm, reib nicht. Hier auf einer... Stell dir vor, wir hätten das verpasst. Wir haben... Das ist ganz schwierig. Äh, wir haben mehrere Monde verpasst. Erstens den. Fals. Und zweitens den. Hu. Oh Gott. Das ist richtig knapp. Was? Am inneren eines Blocks. Okay. Und... Auf der schiefen Säule. Oh. Oh. Das... Schau mal. Okay. 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 Ich glaub, hier oben sind noch... Ist noch... Nein! Oh. Das ist ein Treppel. Das wusste ich nicht. Natürlich nicht. Ich dachte, wenn man hier eine schöne Schlammvertacke macht, dann könnte dort ein Mond rauskommen. Und wieder. Oh. Und dann, muss ich noch mal. Nein! Ich bin klar. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Yes! Wenn man hier eine Stammverteilung macht, ist dort vielleicht... Nee, warte! Da muss ich da sein! Oh, und das ist die Sings! Die Sings? Ja... Ja, ich... Ich... Brich die Hauptmission mal kurz ab. Zeige Ihnen, Streusender, was begehrt das räuberische Ungeheuer aus diesem Blatt? Diese Antwort ist gerollt! Bitte... äh... äh... Geh dein... Geh dein Weg fort! Jetzt sind das so früh angedrückt! Nein! Wunder! Was? Eis! Eis natürlich! Kink! Rätseldrude! Kink! Rätseldrude! 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 Herr frag mich was! Das sieht man doch! Ja? Ja? Das sieht man! Weil alle Worten... Alle Worten sind wahr! Wer findet früher oder später sein Meister, schätze ich! So gut geantwortet! Nimm dies! Danke! Sanko ist sehr gut! Okay! Und das ist glaube ich noch so ein... Eine Schatzkammer? Ja! Yes! Das wird reich! Nee, reich warst du nicht! Wir haben nicht mal 1... Oh! Jetzt haben wir 1.000! Mehr als 1.000 Münzen! Als... Wollte ich grad sagen... Wir haben nicht mal 1.000 Münzen! Die Schatzkammer des Sphinx! Davon muss ich ein Foto machen! Ja! Und vielleicht sogar ein Video! Jo! Ey das sollte gar... Okay! Dann geh wieder aus! Irgendwie leuchtet Mario in dieser Kammer so... Wie in Super Mario 3D World! Das... Knapp! Was wärst du da drunter gespürt? Ja! Oh! Das ist so knapp! Wollte ich schon drüber in Wartwärts sagen! Nee! Nur müssen wir in dem Video immer was sagen! Das war sogar noch schlechter als das letzte Mal! Viel schlechter! Komm schon! Mach ich's doch! Gut! Ich wollte dich dann wieder loben und dann... Okay! Hier ist die umgedrehte Pyramide! Was? Der Eingang? Okay! Der Eingang ist verschlossen! Gut! Dann... Beenden wir die Folge mal! Und... Tschüss! Tss... 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 Wir speichern... Äh... Tschüss! Bis zum nächsten Part... Super Mario Odyssey... Äh... 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 Und... Glocken! Puh... Puh... 5. 5. 7. Warte, 8. 18.